Der Sommer ist vorüber, das ist es gewesen. Und wenn das falsch ist, fress ich im Besen. Jetzt kommt der Herbst und rühren dir dicht auf die Pelle. Alle bleiben stehen und rühren sich nicht von der Stelle. Bei Nick gibt's feinste Unterhaltung, vom Frühstück bis zum Abendessen. Ich hab mich so beeinflusst, hätte ich meine Hose vergessen. Was es hier zu sehen gibt, hat doch keinem geschadet. Hoffentlich ist es ein Affe, der eine Katze badet. Deine liebsten Serien alle zusammen. Das ist das Herbstferienprogramm. Selbstverständlich nur bei Nick. Deine liebsten Serien.